Hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Es ist Montag und da ist das Sportstübchen der Morgenpost. Heute mit Katharina Pjorek und Michael Färber. Leute, unser Thema heute ist der Superbowl und zwar auch der Hype und dieses größte Einzelsport-Event der Welt. Und deswegen haben wir die Katharina bei uns. Sie ist Volontärin der Sportredaktion und sie war für uns auf der ersten offiziellen Superbowl-Party hier in Berlin. Katharina, lass uns teilhaben. Was hast du erlebt? Genau, du sagst es schon. Die NFL hat die erste offizielle Watch-Party in Deutschland stattfinden lassen und gesponsert. Und sie haben da einiges aufgefahren, um das Publikum zu unterhalten über die Dauer. Ein Rappers aufgetreten, Vaga war da, ein DJ hat gespielt, Trikots wurden verlost. Typisch amerikanisches Buffet darf natürlich nicht fehlen. Also da wird sich einiges einfallen gelassen. Ich merke, da tut sich so ein bisschen was in diese Richtung. Und wir haben euch natürlich auch Bilder mitgebracht, aber bevor wir dahin kommen, vielleicht nochmal die zwei, drei wichtigsten Eckdaten dieses Spiels. Denn das hat auch sportlich einiges geboten. Es war am Ende ein 25 zu 22 für die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers in der Verlängerung. Drei Sekunden vor Schluss der entscheidende Touchdown durch McCall Hartman. Und ja, Las Vegas war eine einzige Kansas City-Jubeltraube. Zwei, drei Sachen noch dazu, die das Spiel wirklich besonders gemacht haben. Es war der dritte Sieg in den vergangenen fünf Jahren für die Chiefs. Es war der dritte Superbowl für den absoluten Superstar Patrick Mahomes. Der jagt damit Tom Brady mit sieben Superbowls. Mahomes hat jetzt drei Superbowls, ist aber auch erst 28. Da ist noch viel möglich. Und es war die erste Titelverteidigung seit dem Jahr 2005, seit den New England Patriots. Katharina, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, man hat gemerkt, also erstmal der längste Superbowl der Geschichte. Der hat den Fans einiges abverlangt, auch von der Spannung her. In der ersten Hälfte gerade die Defensive natürlich der Faktor für die 49ers gewesen. Also da ist praktisch nichts durchgegangen, aber am Ende haben die Chiefs dann wieder gezeigt, warum sie als Comeback-Könige gelten. Absolut. Sie haben zum dritten Mal bei Ihrem Superbowlsieg einen 10-Punkte-Rückstand aufgeholt. Liebe Leute, auch das muss man erstmal im Superbowl hinkriegen. Die Spannung, und da bin ich sofort bei der NFL-Party, bei der du warst, die war glaube ich so ein bisschen auch zum Greifen nah, oder? Genau. Vielleicht gucken wir einfach mal selber rein. So machen wir es. Wir haben nämlich Bilder mitgebracht, da sieht man glaube ich ganz gut, wie die Stimmung vor Ort war. Ich bin in Bobo und Rapp, nach so vielen Jahren bin ich dick im Geschäft. Ich wollte kurz und bin meinen Weg gegangen, nur ein Beat und ein Text. Rap lieb ich und ich liebe Rap. Und sagt auch eine Führung. Mit Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war mir nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, da tut sich tatsächlich ein bisschen was. Und wenn man nebenbei noch die sozialen Netzwerke verfolgt hat, dann ja, hat das vor allem, nein, dann ist vor allen Dingen ein Name immer wieder aufgetaucht. Keine Frage, Taylor Swift. Was ist das Phänomen? Taylor Swift und Superbowl, warum funktioniert das so gut? Genau, es begleitet natürlich schon so ein bisschen die ganze NFL-Saison, seit Taylor Swift's Beziehung zu Travis Kelsey, dem Chiefs-Spieler, bekannt geworden ist. Ist das bei jedem Spiel der Chiefs auch Thema? Es war auch in Berlin zu sehen. Manche Leute haben ganz offen gesagt, gerade auch so neue Zielgruppen, die dadurch erschlossen wurden. Viele junge Frauen, die sagen, jetzt bin ich irgendwie gepackt, jetzt schaue ich mir das auch mal an. Das vermarktet die NFL natürlich auch gut. Das gefällt nicht jedem. Viele haben auch vor Ort gesagt, sie hatten Sorge, dass es ein Swifty-Ball wird. Es war ja auch nach dem Sieg dann das erste Bild, was gezeigt wurde. Aber nur der Swifty-Ball war es dann ja am Ende doch nicht. Man sieht nichtsdestotrotz, welcher Hype um diesen Superbowl entsteht, wenn das Wochenende da näher rückt. Allein der Kuss zwischen Travis Kelsey und Taylor Swift, irgendwie zwölf Sicherheitsbeamte, das FBI soll mit vor Ort gewesen sein, um alles abzusichern. Das zeigt nochmal, welche Dimension diese ganze Veranstaltung hat. Wenn man überlegt, dass beispielsweise ein Werbespot für 30 Sekunden 7 Millionen US-Dollar kostet. Fun Fact, so viel verdient ein durchschnittlicher Amerikaner in seinem ganzen Leben nicht. Und dass über 1000 Privatjets tatsächlich in Las Vegas gelandet sind, um eine Promi-Dichte zu generieren, wie es sie nur beim Superbowl gibt. Ich lese mal ein paar Namen vor. Leonardo DiCaprio, Paul McCartney, Beyoncé, Lady Gaga, Basketball-Superstar, LeBron James. Also das Who is Who der Unterhaltungsbranche war im Stadion. Und wer nicht im Stadion ist, der ist gerade nicht in. Und Taylor Swift, glaube ich, ist gerade verdammt in. Ja, definitiv. Man hat es in Berlin so ein bisschen gesehen. Das ist natürlich noch nicht der Hype, diese Ekstase, die wir in Amerika haben. Da waren viele auch einfach zufrieden damit, das Sportliche zu verfolgen. Was ja in Deutschland auch immer so ein bisschen ein Thema ist. Da kommt der Sport nicht unbedingt übers Event, sondern der sportliche Charakter steht weiter im Vordergrund. Aber man merkt auch hier immer mehr private Watchpartys, Vereine, Fußballvereine, die in ihren Vereinsheimen sich organisieren, das zusammenschauen. Also man merkt, die Begeisterung nimmt auch in Deutschland zu. Das sieht man tatsächlich. Wenn man einmal ein Football-Spiel im Stadion verfolgt hat, wir hatten jetzt in dieser Saison in Frankfurt und in München Spiele, dann merkt man, was es heißt, ein Football-Event aufzuziehen mit Bespaßung vor dem Stadion, mit Bespaßung im Stadion. Die eigentlichen sportlichen Szenen sind ja immer bloß kleine Happen, wenn man so will. Und da braucht es dann natürlich sehr, sehr viel Unterhaltung. Das passt nicht zwingend zur Sportlandschaft hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz, es tut sich etwas. Und zwar langsam, aber sicher. Du hast mit ein, zwei Leuten sprechen können. Wie haben die diese erste NFL-Party tatsächlich wahrgenommen? Genau. Also es war ein gemischtes Publikum. Einige Leute, die verfolgen die NFL seit 20 Jahren, haben sie mir erzählt. Die sind dann gar nicht so wild darauf gewesen, das große Event zu haben, sondern die haben sich einfach gefreut, mit Gleichgesinnten dieses Sporthighlight zu verfolgen. Ja, also da hat man gemerkt, Leute sind da noch ganz unterschiedlich unterwegs, was sie davon erwarten. Auch da, wenn man die sozialen Netzwerke verfolgt, wie viele Posts, wie viele kleine Videos unterwegs sind aus dem heimischen Wohnzimmer, aus dem Partykeller, Menschen in Verkleidung. Das zeigt mir, dass sich in Sachen Event und Superbowl oder überhaupt American Football und Event immer mehr tut hier in Deutschland. Das hat natürlich auch etwas zu tun mit den Fernsehübertragungen, keine Frage. In diesem Jahr war erstmals RTL am Start. Und das ist natürlich nochmal ein Riesenmultiplikator, um für die NFL zu werben. Definitiv. Ich habe auch mit einem Amerikaner vor Ort gesprochen, der ist wirklich hyped, dass jetzt auch in Deutschland solche Watchpartys stattfinden. Und er meinte, gibt der Sache drei Jahre, dann wird das auch hier in Deutschland nochmal einen ganz anderen Hype erfahren, auch bei diesen Partys. Das von einem Amerikaner zu hören, zeigt, dass der Weg, den die NFL hier in Deutschland eingeschlagen hat, ja, vielleicht doch der richtige ist. Und dass in Deutschland noch die eine oder andere Event-Party zum Thema Football und vor allen Dingen zum Superbowl mehr stattfinden wird. Und vielleicht noch ein, zwei Zahlen. Wir hatten das längste Spiel in der Superbowl-Geschichte, 74 Minuten und 57 Sekunden. Das klingt nicht lang. Insgesamt hat das Ganze aber, ja, weit über vier Stunden gedauert. Vier Stunden und, ich habe es mir notiert, 15 Minuten, das ist natürlich ein Stück. Und das Ganze mitten in der Nacht, da braucht man entsprechende Bespaßung, um das auch durchzuhalten. Und insofern war diese Party aus meiner Sicht der erste Schritt dahin, ne? Ja, definitiv. Und man hat auch gesehen, also die Fernseheinschaltquoten geben ja auch der ganzen Sache ein bisschen recht, ne? Also beim Kick-Off, und der ist ja immerhin auch erst um 0.30 Uhr deutscher Zeit gewesen, über zwei Millionen Leute, die eingeschaltet haben. Und selbst weit über vier Stunden später, eigentlich schon am frühen Morgen, waren es immer noch über eine Million. Also man sieht, die Quoten geben einfach recht, dass das Interesse auch hier in Deutschland zunimmt. Man sieht, der Superbowl ist ein Hype, ist ein Event und in Deutschland wird es immer mehr werden. Liebe Leute, das war es schon wieder von uns. Tausend Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Katharina, danke für deine Expertise und dass du dir die Nacht um die Ohren geschlagen hast bei der Superbowl-Party. Nochmals vielen Dank, kommt gut durch die Woche und nicht vergessen, Montag ist Sportstübchentag. Ciao. Ciao.